Christopher und Gunnar, das sind die Jungs mit X. Das Hamburger Duo sorgt schon seit Jahren für gute Laune mit ihren Schlagern. Auch heute sorgen sie für Stimmung. Doch dieser Auftritt ist anders als alles, was die Jungs bisher erlebt haben. Denn heute hat Jan Geburtstag. Jan ist einer der größten Fans der Jungs und er wird heute 25 Jahre alt. Zusammen mit Jans Mutter Sabine und Freunden haben die Jungs eine riesige Überraschungsparty mitorganisiert. Jan ist an der seltenen Stoffwechselstörung NCL erkrankt. NCL steht für Neuronale Zeroid Lipofuszinose. Er sitzt im Rollstuhl und kann nicht sehen und kaum noch sprechen. Aber er kann singen, zumindest wenn er Musik von den Jungs hört. Jan lebt im Hamburger Stadtteil Großborstel im Haus Baerbohm. Das vom Sozialkontor betrieben wird. Wir sind hier auf der Geburtstagsfeier von Jan. Wie war der Tag bisher für Sie und Jan? Ziemlich aufregend, wenn man dann so ein bisschen Revue passieren lässt. Vor genau 25 Jahren habe ich ein Kind zur Welt gebracht und heute wird dieser junge Mann dann 25 Jahre. Wir haben ja eine Überraschungsparty organisiert und er durfte nichts wissen. Das war sehr, sehr anstrengend, weil alle natürlich den Mund halten mussten. Das hat aber funktioniert. Das hat geklappt und er wusste definitiv von gar nichts. Und seine Augen, wie die gestrahlt haben, auch natürlich, wenn er nichts sehen kann. Aber trotzdem haben die Augen gestrahlt. Wunderbar. Also da ist mir ein bisschen das Herz aufgegangen. Zum Herbst darf einmal richtig in Kraft gemacht werden. Vielen Dank zum Geburtstag. Macht wer? Die Verbindung zwischen Jan und den Jungs ist nicht nur reine Fanliebe, sondern auch ein kleines medizinisches Wunder. Er singt absolut klar, aber seine Sprache ist nicht gut aufgrund der Erkrankung. Und das hat uns alle immer wieder angespornt oder auch die Frage gestellt, was passiert da eigentlich in seinem Kopf. Bis wir dann zu dem Ergebnis gekommen sind, das ist einfach die Musik, die das macht. Die Kraft der Musik. Die Kraft der Musik, genau. Und dadurch ist dann eben auch eine persönliche Beziehung entstanden, eine Freundschaft entstanden, die dann jetzt dazu geführt hat, dass die Jungs dieses Überraschungskonzert gegeben haben. Für ihren Sohn und andere Betroffene hat Sabine Schnau den Verein NCL Nächstenliebe ins Leben gerufen. Was es damit auf sich hat, verrät die engagierte Mutter selbst. Der Hintergrund dieses Vereins NCL Nächstenliebe, und wenn man sich das Wort Nächstenliebe mal im Kopf ein bisschen auftropfen lässt, dann findet man auch NCL in dem Wort Nächstenliebe wieder. Wurde vor einigen Jahren gegründet. Meine Söhne, ich hatte zwei Söhne, haben eine sehr seltene Stoffwechselerkrankung, die eben letztendlich dazu führt, dass die Lebenserwartung nicht sehr hoch ist. Ich habe vor einigen Jahren eine Initialzündung gehabt und habe gesagt, ich muss irgendwas tun. Ich kann das nicht einfach so hinnehmen, dass man einfach zuguckt. Und habe diesen Verein gegründet mit kompetenter und großer Unterstützung, so dass wir, der Wunsch, der dahinter steckte war, die Forschungsgruppe, die es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt am Hamburger UKE gegeben hat, die war sehr klein und für mich als Mutter eben auch zu klein. Und ich habe gedacht, das muss einfach größer werden. Und ich möchte gerne mit meinem Engagement, mit meiner Unterstützung dafür sorgen, dass mehr Menschen an dieser Forschungsgruppe mitarbeiten, um, so war mein Traum und mein Wunsch, je mehr Menschen daran arbeiten, etwas zu finden, was diese Krankheit stoppt, vielleicht heilen kann. Und das haben wir bis zum heutigen Tage auch geschafft. Wir können die Krankheit immer noch nicht heilen, aber wir sind dem Geheimnis dieser Erkrankung, die ja mit dem unaussprechlichen Namen Neuronale Zeroid-Lepofus-Sinose heißt, ein ganzes Stück weiter gekommen. Was können die Schlagerplanet-Leser tun, die den Verein gerne unterstützen möchten? Spenden. Spenden, das würde uns sehr viel weiterhelfen. Also es gibt, der Verein ist gemeinnützig tätig. Wir haben keine Personalkosten. Wir haben überhaupt keine Kosten, die dazu führen, dass irgendjemand dafür bezahlt wird. Wir machen das alle ehrenamtlich. Und wir versuchen natürlich, so viel Geld wie möglich ranzubekommen, dass noch mehr Menschen diese Forschungsgruppe personell verstärken, so dass hoffentlich schneller und immer schneller etwas gegen diese letztendlich tödlich verlaufende Erkrankung gefunden werden kann. Das hoffen wir auch. Und viel Erfolg weiterhin. Ganz herzlichen Dank. Nicht nur für Jan und seine Freunde, auch für die Jungs war dieses Geburtstagskonzert etwas ganz Besonderes. Das war sehr emotional. Also das ist hier nicht vom Wind so, sondern wirklich von der Aktion, die wir gerade erlebt haben, die wir erleben durften. Wir haben Jan Schnaus' 25. Geburtstag gefeiert. Wir haben Jan vor drei, vier Jahren kennengelernt. Jan sitzt im Rollstuhl, ist blind und spricht auch kaum. Jan springt aber auf unsere Musik an. Und diese Musik, die reproduziert er und er geht auf. Und das macht für uns eine ganz, ganz große Freude, das zu sehen und zu erleben. Und deshalb haben wir gesagt, wir lassen es heute hier in dieser Einrichtung zu seinem 25. Geburtstag mal so richtig krachen und haben ihm eine Überraschungsparty mit engagiert oder mit arrangiert. Und das war sehr bewegend, ganz toll. Ich glaube, das ist auch echt gelungen. Also ich hätte nie gedacht, dass so ein paar Leute so einen Lärm machen können und wirklich mit Gabeln und Löffeln und allem, was zur Verfügung stand. Und natürlich mit Händen geklatscht haben. Also es war eine richtig tolle Partystimmung. Und wie haben die Jungs Jan kennengelernt? Jan haben wir kennengelernt vor etwa drei Jahren auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung, wo es um behinderte Kinder ging. Und da war Jan einfach nur zu Besuch, ist da vorbeigekommen. Und da hatte Christopher die Aufgabe, an einem großen Glücksrad zu drehen und sozusagen den Glücksboten zu machen, den Glückspaten. Mit Engelkostümen und allem. Und dann kam Jan also im Rollstuhl und stand direkt vor uns. Und dann hat Christopher, ich darf das sagen, ne? Ich weiß nicht, ob Jan den Bericht dann hört und sieht, keine Ahnung. Jedenfalls hat Christopher beherzt eingegriffen, ins Glück sozusagen, und hat das Glücksrad festgehalten, genau an dem richtigen Moment, wo nämlich der Hauptpreis war. Und das war eine Reise und die hat der Jan gewonnen. Ja, und durch diese Begebenheit ist tatsächlich eine Freundschaft zu der ganzen Familie entstanden. Das heißt, wir haben Jan häufiger sehen dürfen auf unseren Konzerten. Er hat uns besucht und hat immer mitgefeiert und hat unsere Songs mitgesungen. Und wir haben dann auch bei ihm zu Hause teilweise schon Konzerte gegeben. Ja, so ist eine richtige Freundschaft entstanden. Und deshalb haben wir das heute auch sehr, sehr gerne gemacht. Die Jungs spielten nicht nur Musik zum Geburtstag, sondern übernahmen an diesem Tag auch gleich die Schirmherrschaft über den Verein NCL Nächstenliebe. Ja, das war eine ganz offizielle, auch sehr emotionale Geschichte, die Schirmübergabe des ehemaligen Schirmherrs. Über Jan haben wir Kontakt zu diesem Verein bekommen, denn seine Mutter Sabine hat diesen Verein vor vielen, vielen Jahren, vor zwölf Jahren gegründet. Und hat sich dann irgendwann mal mitgeteilt, als wir zusammensaßen, was diesen Verein ausmacht, wofür dieser Verein steht. Und wir haben einfach den Appell in uns gespürt, weil wir jetzt auch diesen persönlichen Draht zu Jan und seiner Familie haben, wir auch nicht weit privat auseinander wohnen, irgendwie in irgendeiner Form tätig zu werden. So, und dann sind die Gespräche eben dahin gegangen, dass wir die Schirmherrschaft heute ganz offiziell für den Verein NCL-Nächstenliebe.de übernommen haben. Was macht ihr so als Schirmherr und wie unterstützt ihr den Verein? Also, das wissen wir im Grunde genommen noch gar nicht, das lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Wir sind auch selber ganz gespannt, wo uns das Boot hintreibt. Auf jeden Fall glauben wir, dass wir mit unserer Arbeit, mit dem, was wir tun eben auf der Bühne, ganz viele Menschen sowieso erreichen und dass wir darüber aufmerksam machen können, über den Verein. Es geht ja darum, letztendlich die Forschung voranzutreiben. Das ist eine Krankheit, die ist nicht heilbar im Moment noch. Und es geht darum, letztlich Möglichkeiten zu finden, die Krankheit im besten Falle irgendwann heilen zu können. Aber auf jeden Fall die Forschung voranzutreiben. NCL, um was für eine Krankheit handelt es sich dabei? Im Prinzip ist es eine Demenz, die Kinder dann erfahren. Oftmals ist es so, dass Kinder ganz normal aufwachsen, ganz gesundes Erscheinungsbild haben, aber dann im Alter von sechs, sieben, acht Jahren zunehmend erblinden. Und dann führt es auch so weit, dass die Kinder, man sagt, die kognitive Degeneration irgendwann da so weit ist, dass die betroffenen Personen die Patienten dann eben auch nicht mehr laufen können, also auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Ja, und das sind so die Erscheinungsbilder, die da gegeben sind. Jeden, den das interessiert, der kann natürlich auch im Internet oder auch auf der Homepage NCL-Nächstenliebe mal schauen, was diese Krankheit ausmacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017